Die sind unter Ideeschalladen schon völlig beeindruckt. Ich darf aber keine hier stehen und sagen, hier du. Das ist eine neue, natürlich. Aber warte, jetzt habe ich ein bisschen vollerfüllen können. Die sind ja auch unterkriegt. Ich will kommen. Baba, das ist mehr Gute. Ja, das ist so. Baba, nein. Die vermannschaftliche Beziehung, was? Gutes, aber sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Baba, ich habe gerade. Darunter. Stell es nochmal hin. Du, das sehe ich ohne Brille, das ist sogar ein Wunder. Hör mal. Du guckst, das ist ein Problem. Du guckst dir das doch mal an. Du bist sogar der Gewinnbeteiligung. Was ist los? Ja, ich nehme seinen Job, Alter. Das ist doch toll. Das geht ja. Da könnte jeder sagen. Sag mal. Jetzt geht es los. Du? Wir suchen uns eine andere Kneipe. Bist du ganz allein? Ja. Wer macht's essen? Ich bin wieder im Gespräch. Wer stimmt denn? Mittlerweile. Ja, ja. Lauf dir genau. Ja, ja. Ja, aber so diese... Ja, ja. Ja, hör auf, hör auf. Ja, kein Herz. Ja, das wird auch noch ein bisschen schwierig. Immer wieder. Weißt du, die Zeit spielt, ne? Die Zeit? Ja, ja. Aber das ist für dich die Zeit, eindeutig. Dann THB. Richtig. THB. Ja, ja. Wir schweigen für das nächste Bier. Gebackene Tinzenfische. Ohne, wo ist das Buch, oder? Camarero. Oh, nee. Calamaris. Bitte. Calamaris. Bitte. Bitte. Cavalero. Cavalero. Calamaris. 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 Mach mal weiter. Calamaris. Camarero. Calamaris. Weiß, oder rot. Camarero. Wenn du nicht mal aufhörst. Schweinbeset. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Gut, nennen wir die Gäste. Du, jetzt wieder abräumt. Guck mal. Du, das ist aber auch... Ja, ne? Hey, wir machen doch jetzt. Ja, nimm mal rum. Doch, doch. Du guck doch. Das ist zwar besser. Ja, das ist so komisch. Ja, das ist so komisch. Ich finde auch, dass es blöd ist. Der kommt zu den Klingelstädchen. So ein bisschen vom Brötchen. Das ist ein bisschen vom Brötchen. Die Menge. Frisch ist. Und ein paar vom Frisch. Wahrscheinlich kriegt sie die Klingelstädchen. Also, wir haben noch ein bisschen verkriegen. Waren wir gut? Ja. Ja. Aber wenn wir kriegen das normalerweise zu. Ja, ich hab doch gesagt, wir sind mehrere. Ja. Ja. Na, zur. Guten Appetit. Hallo. Ich dachte, wir wollten auch noch was sagen. Komm, jetzt. Jetzt schuck mal hin. Guck mal, wie der Kugel da nüßt. Benötig, ne? Auch die Erotikse. Na, ne? Ja, du ziehst doch nach Rüsselsheim. Jetzt brauchst du halt Gemeindebindung. Du brauchst Kung-Kompetenz oder... Nein, die Frau esst. So was prägt sich ja ein... Genau, bei den Gästen. Du musst da... Ja, also ich würde jetzt... Also du setzt mich jetzt weg, warum du mich verbrennst. Hey, auf mich doch über dem Aschenbecher. Es gibt gerade riesige Brandlöcher. Du hättest die müssen lutschen vorher. Was mach ich jetzt? Mach mal Kringel, du. Ja, richtig Kringel. Kringel? Er drückt jetzt. Gott krängelt sich. Wie der so farb. Du sahst dann aus wie Hitchcock. Das ist aber schon hart. Der Kringel, 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 der Kringel. Kannst du einen Casablanca? Ja, ja, kenn ich, ja. Ja, das ist noch zu lang. Das hast du doch schon gehört. So eine Blondine. Ne, ich war mal ein Malakisch. Hast du schon mal ein Casablanca? Ein Malakisch war ich. Mach mal. Jetzt guck mal. Mal was versuchen. Ach die. Jetzt müssen wir auch gleich Whisky bringen. Stark. Wahnsinn. Aber in Griechenland gemacht.